Hallo YouTube, hier sind wir wieder bei Phasmophobia zusammen mit dem Phönix. Hi! Heute ist der Dach, wir haben Zeit für so ein schönes Horror-Game. Was wir derzeit ziemlich hart am Suchten sind, wenn man so will. Ist halt ein schönes Koop-Horrorspiel. Haben wir auch schon ein bisschen reingeschwitzt, wenn man so will. Ja, 30 Grad draußen. 30 Grad? Ja klar, da haben wir doch. Im November, ja. Da haben wir noch Zeiten. Vor allem, ne, die Qualität von damals. Oh, göttlich schlecht. Kann man so sagen. Aber es war ja eigentlich nur so eine aufgenommene Runde und danach kommen wir viel. Ja, richtig schlecht. Hat überhaupt nichts mit diesem Spiel zu tun, aber okay. Ja. Ja, was ist Phasmophobia? Phasmophobia ist ein Horrorspiel, wo man den Geist herausfinden muss, mit Items. Man hat sozusagen drei Beweise. Mit dem Beweis schnitt es halt ein paar Geister weniger. Ja. Die Kurzlassung. Da ist der Schüssel. Ja, wenn du das sagst. Starke Taschenlampe. Ja. Ja, gut. Ich habe zwei eingepackt. Hey, komm auf die Box jetzt hier wieder funktioniert. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ja, jetzt gehts wieder. Guck mal an. Kann ich direkt in den Geist sprechen. Finde ich gut. Ja. James Robinson. Der Geist scheint auf Gruppen anzusprechen, okay. Dann wollen wir mal. Ja, wir haben auch sehr viel Stuff dabei. Hauptsache zwei Bücher. Ganz wichtig. Ja, falls er wieder eins wegnimmt. Ja. Wegschmeißt wahrscheinlich. Kann ich nicht. Ja, dass er sich einverleibt. Gib mir ein Zeichen. Aber wie hoch ist die Chance, dass er direkt am Anfang den Raum mit der richtigen Temperatur hat? Gib mir ein Zeichen. 30 Grad. Gib mir ein Zeichen. Da will mir kein Zeichen geben. Ich sehe es sowieso gekommen. Da bist du drin. Gib mir ein Zeichen. Ne, ich bin im Keller. Ja? Ja. Wow. Gib mir ein Zeichen. Gib ihm kein Zeichen. Gib mir kein Zeichen. Bitte gib ihm ein Zeichen. Oh mein Gott, Alter. Das muss einer der Anfangsräume sein. Gib mir ein Zeichen. Feature Board. Echt? Ja. Geil. Ich fahr kein Climowals. Ja, möchte ich auch mit dem direkt sprechen. Wo schon Society runter und dann, äh, ja. Business in Revenant und dann war's dort. Wir müssen einen Raum finden, wo es circa 10 Grad ist. Um, ähm, der Geist, der hat sich halt in einen Raum niedergelassen. Und schauen wir mal, wer den mal finden den Raum. Ja, sind immer nicht die Anfangsräume. Du sagst sie nicht wieder im Flur Geistes. Ja, ich check das nochmal lieber ab. Was checkst du ab? Na, die Räume, die du gemacht hast. Ach, das wünscht mir nicht. Ja, ich kann dir nie vertrauen. Danke. Und dann gehen wir bitte direkt aus und sagst du lieber nicht. Können Sie bitte den Stream verlassen, danke. Nein. Nein. Dann halt nicht. Ich hab mein Bestes gegeben. Gib mir ein Zeichen. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, hier rum oder was. Nein. Nein. Alter, da liegt ein Reacherboard. Ernsthaft. Ja, hab ich ja gesagt. Warte mal, soll ich mal direkt anmachen? Kannst du mir fragen, wo er ist? Wo bist du? Was willst du? Ja, stell ihn am besten auf 50 Fragen. Ja, ich hab schon. Ich hab ja keine Sanity mehr. Eine Frage reicht. Hier unten im Keller. Im Keller? Ja. Wie geil. Ich müssen mal bei den Sanity jetzt schon gesagt. Ah, toll. Wo bist du? Was willst du? Attack! Haha. Wo bist du? Okay. Wo bist du? Naja, man hat immer wieder geredet. Ja, ich weiß wie funktioniert. Ich bin auf dem Kreis. Das ist schlau. Ja. Was sag mal in Sanity jetzt? Wir gehen zwei Fragen. 75? Ja. Alles easy. Gut, wir haben schon mal einen Beweis. Die Geisterbox. Okay. Spirit, Gespenst, Pottergeist, Djinn, Magna. Dämon. Das kann schon mal kein Revenant sein. Nett. Ja. Aber ich muss sagen, es macht voll Spaß mit dem Geist zu reden. Ach so, er kann ja das Video runternehmen. Ja. Dann, ich stelle Kameras auf und vielleicht den Van guckt ihr zu. Ja. Dafür, dass ich gefragt habe, haben wir die gleiche Sanity? Ja, der... Vielleicht muss das auch im Raum sein. Warte mal, war das nicht so, wenn du eine Frage stellen? Schon gut. Beim Dämon, aber da muss er... Er macht Lichter-Show. Aber vor allem, wenn ich im Keller bin, wo soll ich den bitte hinrennen? Ja, auch. Soll ich mich einfach in den Schrank verstecken? Funktioniert das? Hier ist kein Schrank. Nee? Hier ist ein Kühlschrank. Das ist schlecht. Alter, kannst du dich nie drin verstecken. Aber wo find... Ja, gut. Finde mal hier bitte Fingerbrücke. Gar keine Finger. An der an der Tür. Ja, toll. Tu erstmal das Reacher-Board. Ja. Könntest du mir noch einen Kruzifix bringen, bitte? Könnte ich, ja. Ja, wäre sehr freundlich. Füße ich da an einem sicherer? Ja, ein bisschen. Ja, geil. Erste Folge, Reacher-Board am Start. Wenn jemand anfängt zu handeln, dann lache ich. Alter, wo rennt ihr denn hin? Ich rennen... Das muss ich dann entscheiden, wenn es dann soweit ist. Ja, so Orb sehe ich noch keine. Das ist nicht das Licht. Da. Gut. Wie alt bist du? Ich hab dir keinen Futterapparat. Ja, willst du denn hier warten, bis ich dir erstmal Zeug bringe, bevor du ihn da fangst? Überbewertet. Ich glaub, das Ding funktioniert nicht. Hat er es ausgemacht? Ja, ich hab's wieder ausgemacht. Denkst du? Ja, ist er. Ich hab keinen Kampffutterapparat. Hast du einen Futterapparat? Nein. Ich will dir kurz das Zeug bringen. Ja, der steht da vorne. Haben wir eben F? Nein. Nein. Geil. Ja, ich guck mal an meine sanity. Nehmen wir den F mit. Nett. Nett. Steht er da. Ganz entspannt an der Küche, am Kühlschrank. 50. Aber ich bin auch schon auf 60 runter. Alter, er fängt ja schon länger zu handen. Mhm. Wie die? Den hab ich gerne in EMF gebraucht. Brickiges Wasser. Ich nehm meine sanity-Pille, okay? Ja. Ich mach noch einen Futterapparat runter. Ich frag gleich nochmal was. Einfach nur. Ja, warte, bis ich dann raus bin. Wieso hast du Angst, dass er dich hantet? Machen wir es mal einen Wandschrank auf. Ich finde, mein Kaffee ist jetzt auch schon langsam kalt. Uh, ganz schlimm. E-M-E-4. Er war ganz kurz hier. Er hat es rumgeschlossen. Ja. E-M-E-4. Wo bist du? Ne, gib mir ein Zeichen. Ich? Schreib in das Buch. Den das Kurzifix einfach schön mit. Wo bist du? Hm. Er möchte nicht reden. Ich guck da nochmal auf. Gib mir ein Zeichen. Hast du een Futterapparat dabei? Ja. Okay. Ja. Das freig' ich denn noch. Hast du jemanden getötet? Ja. Hast du jemanden getötet? funktioniert nicht gibt mir ein zeichen das kriegt ja noch mitnehmen alter zwar haben wir gefriert aber nicht auf ja keine gefriertemperaturen wie alt bist du ja wo ist ja wo ist er denn jetzt alter bb bb wir sind auf 70 prozent also kaum was ausgefahren knochen und geist sie sind ganz kurz gesungen der knochen alter knochen hinter dir sehen oft hier aber nur manchmal aber das haben wir so richtig um suchen ja ist ja gut 50 prozent bis jetzt fertig gerade 20 prozent runter gesorgt oder so auf lauf 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 10 grad ja also es nicht voraus war richtig aktiv alter ist dann so aktiv man kann die marie und und ich habe mir eben einfach mitgenommen oh mein gott und es hängt hier ist nicht mehr vorhanden alter Consortium mitgeben ja ich aber eigentlich ganz gut für die erste aufnahme so aber wir haben keine gefrierte temperaturen das heißt es wird wahrscheinlich mal kein dämon und kein jurei sein er hat uns buch geschrieben box und also spirit dämon oder uni spirit spirit willst du spirit sein er macht richtig lichter show dass das licht an ich bekomme aktiv alter ja wo bist du ich bin dann okay wie viele sanity 86 also du hast nichts verloren kannst du mal nach fingerabdrücke gucken wer ist ein spirit einfach mal ein foto von der tür machen interaktion also mf5 wer ist ein uni fingerabdrücke wer ist ein spirit wir haben keine gefrierte also ist das kein dämon der man wird schon mal nicht mehr sein wo bist du fingerabdrücke bräuchten das licht an wo bist du was willst du mit mir reden wir haben foto von geist und über natürliche für die mf4 in der ecke ist das noch 80 sanity gibt mir ein zeichen geist erst mal umschreien welches mit reinkommen dann hatte der fünf ja 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 was ist ein uni was fakt nix alles gut dachte jetzt wir haben dich bleib hier du lappen die aufgabe dreckigen wasser kann man wahrscheinlich nicht machen wäre der näher von diesem raum da könnte man sagen hey für links drauf wann aber dadurch dass erhalte ich muss noch mal auswählen neben der fünf box buch ja 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 ich war sie den foto gemacht jetzt bin ich mal gespannt ich war aber richtig aktiv weiter die ganze zeit bei mir mir richtig runtergezogen wenn das licht bei mir und 165